so hallo herzlich willkommen auf meinem kanal nun das versprochene video zur verlosen und ich habe jetzt anlässlich der preisverleihung schon mitgeteilt dass ich einen wunderschönen ring erhalten habe der wurde mit kreiert von der miss germany und ich hole den mal raus ich zeige euch den auch mal kurz und zwar so schaut er aus ich bekomme den wunderbar auf die mittelfinger drauf und man sieht es auch so von der seite her sieht es auch so wie eine krone ich mache den noch mal raus damit ich zeige das noch mal so richtig in die kamera seht ihr wie das ausguckt ist die größe m und ja ist wunderschön und ich schenke den euch ich habe den ja bekommen von kiera amper anlässlich der preisverleihung und da geht jetzt an euch weiter so wie bekommt ihr diesen ring das ist ganz einfach ich habe ganz einfache regeln und zwar hätte ich schon gerne dass ihr natürlich abonnent seid von meinem kanal das wäre sehr schön und ihr solltet eine deutsche adresse haben weil es nur innerhalb deutschland weiter verschicken werde und wenn ihr noch keine 18 jahre alt seid ist es auch nicht schlimm dann bräuchte ich eine einverständniserklärung von den eltern also schickt mir das nicht jetzt schon jetzt sondern wirklich nur dann wenn ihr gewonnen habt und noch keine 18 jahre alt seid und ja schreibt mir bitte einen kommentar auf diesen auf dieses video und schreibt mir da rein ich will diesen ring gewinnen und wenn ihr das noch ergänzt vielleicht mit irgendwelchen anregungen oder wünsche oder was ihr von mir gerne wissen wollt oder was für ein video euch mal interessieren würde dann schreibt mir das noch dazu und ihr habt zeit bis zum ersten november nachts 24 uhr und dann werde ich verlosen und gucken wer diesen ring bekommt also ich drücke euch allen die daumen aber nur einer kann natürlich gewinnen aber ich wünsche euch das ist den richtigen trifft so das war's für heute ciao